so hallo 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 als erstes machen wir diesen da diesen da diesen da ganz kurz das da derzeit kann man einschalten das hier genau und wieder rein da wollen wir doch mal linsen hier Kari ist am Start dass ich meine sechs Stunden durchstehe okay Mission abgeschossen dann Belohnung abholen hat man gestern nicht gemacht Chaos Erforschungs Erfolgs Schub 7000 Credits Cosmos okay ähm 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 hä? Ach hier war ja auch noch was ähh seltsame Holocron-Kommunikation ähh Kölgalaktische Season Season 1 ein seltsames Aussehen ist Holocron was Holocommunikator wer Altur Zock addon nicht ernst im Laufe des Abenteuers treffen möchte kann dieses Gerät benutzen um sich seine Aufmerksamkeit schon früher zu sichern und ihn sofort als Gefährten freizuschalten jetzt da cool hab ich jetzt äh äh den richtig als Gefährten? Leute Tatsache na dann bleibst du doch mal bei uns würde ich sagen aber hier ist trotzdem noch was ich muss mal ganz kurz ausgehen ich muss gucken was das kostet der Spaß ähm ähm ich will gucken was ein Abo kostet ähm 记b brother Tatsache Wandeliv ich glaube ja ich will hohe Decop Blois ja bein ich weiss ja aber EIN tage nur ich gebe doch nicht jeden mal 13 euro dafür aus gut haben wir neuen gefährten schön und dann kann man hier erst mal welche weg schicken dahin und die kira dahin so quest technisch sprich mit agend auto das raum ist mit raumschiff dingens moment wir müssen dahin dass das alles an sehr schön da gibt nichts schade war ist der schnell auch ich habe den aber gerade weg geschickt scheiße jetzt muss ich warten bis der da ist solange muss kann ich den hier noch mal gucken wie der abgeht hier hat man mich wundert dass mit dem grünen punkt was ist denn das ich will diese grünen punkt da wegkriegen ja ich esse das was ist denn das Das erste Mal scheiß drauf. Da sind sie. Oh, das scheint auf jeden Fall gut zu sein. Der scheint alle Male gut zu sein mit seiner Knabe. Müssen wir uns den auf jeden Fall aufwarten. Den müssen wir uns aufrüsten. Der wird öfters dabei sein. Neben der Kira. Der wird öfters dabei sein. Der gefällt mir echt. Also ich kann mich da nicht beschweren. Und so. Müssen wir nochmal gucken. Blaster. Gut. Blaster, Blaster, Blaster. Das wäre dann hier beim Waffenhändler. Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Was auch immer ihr braucht, wir haben es. Der in seiner macht 38 bis 47. Er kriegt keine neuen Blaster. Viel Glück da draußen. Denn der ist schon recht gut. Na, da brauche ich ja gar nie nachgucken. Ich werde hier auch um 15 Level runtergeschraubt. Ach man. Was war das da hinten für einer? Schmuggler-Ausbildung. Boing, 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 boing. Sind die jetzt bald noch fertig? Eine Minute noch. Oh, kommt schon. Oh. Dann er hat man noch ein paar XP, bis das soweit ist. So. Das ist ja alles nur witzig. Was hier hier durch, ey. Egrasier hier ja alles. Du hast dich versteckt. Ich habe das gesehen, du fein Ding. T7 ist zurück. Gefährdende Fortschickner. Guck mal, hat die Kira eigentlich noch was zu tun? Ja. Agent Otto, republikanische SID. Willkommen auf Ort Mantell. Hoffentlich habt ihr was für Kriegsgebiete übrig, Jedi. Der ganze Planet ist eins. Was habt ihr über Darth Angrals Operationen hier herausgefunden? General Vassatra wollte, dass ich einen Suchtruiden zu den Koordinaten des Hyperraum-Datenempfängers schicke. Zwei Dinge habe ich so erfahren. Erstens, er ist auf einer Insel. Und zweitens, die mögen dort keine Besucher. Mein Suchtruide wurde atomisiert. Passt auf, dass euch das nicht auch passiert. Das ist wirklich nicht viel, Agent. Tut mir leid, aber das war mein letzter Suchtruide. Wenn ihr den Hyperraum-Datenempfänger findet, schließt ihn an eure T7-Einheit an und ladet alles aus den Logbüchern herunter. Mit etwas Glück erfahren wir so, was Darth Angral vorhat. Wir sehen uns. Jau, das war aber sowas von mega viel, was der uns gerade gesagt hat. Ich mache mich leicht ran. Ähm, was kann ich denn dem jetzt zum Aufwerten geben alles? Auch Blastergewehr, okay. Das werden wir aber nicht hier kaufen, das Zeug. Das werden wir nicht hier kaufen. Ich grüße Sie, Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Ähm, Moment mal, ich habe gar keine Mission angenommen hier. Die kriegt man auch am Anfang des Raumhafens. Oder so. Irgendwo kriegt man die doch. Cantinerin, Cantinerhändlerin. Das ist auch nur für Nachrichten. Wo geht es denn hier hin? Okay, versperrt. Bounce, bounce. Bounce. Hier gibt es auch nicht so Termine, hä? Äh? Ich würde halt gern wieder hier eine Nebenquest mitnehmen. Hm. Was ist das denn? Das hat so komisch geblinkt. Damit kann man nichts machen. Okay. Was gibt es hier hinten? Ja. Was gibt es hier hinten? Ich habe gerade irgendwas gehört. So bing. Bing. Ich hör was Das ist doch 100% wieder irgendwas zum Einsammeln Ist das das Teil? Also ja, hier muss ich definitiv irgendwann mal wieder richtig schön aufs Suche gehen Hier wird es irgendwo versteckte Holokrone oder sowas geben Komm ich Ah, okay Oh Bibi, da hat es da aber was Gutes gebracht Ähm Dann gehste nochmal machen hier Ich werde euch nicht enttäuschen Kommt man hier irgendwie So Glitches halber hoch Scheiße Naja Das werden wir noch früh genug erfahren und finden Ähm Jetzt hätte ich aber trotzdem gern so ein Missionsannahme Terminal Da ist alles zu Hier gab es nix Nee, schade Jetzt was zum Lesen Cortus XP Ähm Ich weiß, das ist nicht der richtige Weg, aber ich will auch wieder die ganze Map erkunden Gibt wieder alles Bonus XP Ähm Außerdem brauchst du ein Missions-Lock-Dings-Terminal Weil ich glaube nicht, dass ich das hier finde Nee Ähm Ähm Ihr seid hier ganz schön eingekesselt, oh Wo geht's denn hier hin? Oh Hey Na kämpf doch mal So Kann man hier was machen? Nee Nee, schade Wow Mein Druid war schneller Ich dachte hier könnte man irgendwas an- Da Ist doch was zum Anklick, ne? Wile, du machst den Rest Da nix Hier hätten wir doch was zum Anklicken gehabt Ähm Lichtschwert weg Danke Ich muss das einfach mal testen A B Y Z Lass mich in Ruhe Okay Das da hinten sieht viel versprechend aus Da gibt's irgendwas Hundertprozentig Äh Lass mich hoch Lass mich hoch Äh Da gibt's ne Basis Wow Ich glaub hier sollte ich noch nichts sein Ich glaub da sollte ich tatsächlich noch nicht sein Dann fahren wir mal zurück Ähm Wir sind Hier oben ist doch Hundertpro irgendwas Nee Okay Okay So ein Stückchen Kaffee zu mir genommen Ja Ja gegen den Einzelnen will ich jetzt nicht gerade kämpfen Ähm Wenn ich jetzt hier unten weiterfahren müsste rein theoretisch das nächste aufgedeckt werden Sag ich ja Mist ich wollte da hoch Genau Ähm Okay Okay Ah Z Da komm ich tatsächlich nicht lang Lol Toll Och man Äh Man lass mich doch da hoch Ich habe alles erledigt Ja danke Du gehst doch gleich weiter Und zwar jetzt äh Wobei Doch wir müssen dich schicken Ja Ich mache mich gleich dran Komm Druide zeig was du drauf hast Schön Ah Ich werde abgeschossen Hilfe Oh Ähm Ich habe keine Lust zu kämpfen Okay Wo komme ich da hin Dort hin Dann fahren wir hier lang Ähm Ich höre schon wieder was Das ist oben Ich höre das doch piepen Aber das hört sich nicht nach einem Hologron an Sind das wirklich diese Dinger hier Die so piepen Ja es kommt auf jeden Fall von links Ja das sind diese Terminals hier Oder was das ist Aber da ist eine Lootkiste Die möchte ich natürlich mitnehmen Ähm Gucken wir mal den kann man öffnen Den kann man öffnen Das kann man nicht anziehen Äh Nein Hier Heilteile Kann man später verkaufen Wo muss ich hin Wo muss ich hin Dahin Oder da hoch Ähm Wir fahren einfach mal hier runter Ich will gucken was es da noch gibt Das wird euch gefallen Alter Ich werde euch nicht enttäuschen Ja hier gibt es halt auch nicht so ein Missionsteil Oh Was ist denn hier passiert Der ist ein bisschen kaputt Wo komme ich hier hin Äh Manettelinsel Leu warte mal hat Januford von der Insel gesprochen Ich glaube hier muss ich später hin Wow Ich habe wieder abgekürzt Ähm Dann bring mich mal bitte Wir stehen folgende route zur verfügung Die 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 Wir haben Die 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 Okay, sieht nicht gerade einladend hier aus. Oh, nächste Stadt, cool. Cool. Dorf, Oramama, Lamarama, Dingsbums. Jetzt habe ich den falschen ausgewählt, scheiße. Hier gibt es nichts. Es piept hier halt schon wieder. Es sind wirklich diese Dinger, alles klar. Darf ich mich davon immer täuschen lassen. Waffenhändler. Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? Das sind auch alles Below-Waffen. Nee, die brauche ich nicht. Seht euch ruhig um. Das war so ein Ding. Hier kann man rein. Gibt es hier irgendwas Besonderes für mich? Das wird euch gefallen. Ihr werdet euch wundern. Gibt es nichts Besonderes? Schade eigentlich. Schade einfach nicht. Gibt es hier irgendwas? Ne? Das ist aber nur der Eingang. Schon wieder ein Sanitätsdroide. Nachrichten-Terminal. Oh, hier geht's auch wieder rein. Hier gibt's auch nix. Gibt's denn hier überhaupt irgendwas? Rüstungshändler. Gibt's halt auch nix. Hm. Komisch. Gibt's überhaupt Mission? Jetzt mal so ganz doof gefragt. Ich muss da hin. Ich will jetzt hier erkunden. Ist mir scheißegal. Ich will jetzt erkunden. Oh. Oha. Da oben hat was geleuchtet. Und ich meine nicht das Feuer. Oha. Wie komm ich da hoch? Oh lol. Ja, die das was schneller jetzt ist. Meine Ergebnisse waren nicht ideal. Ach, geh mir jetzt hier auf Pisa. Für dieses Versagen gibt es keine Entschuldigung. Na ja, hoffentlich. Dann machen wir das halt ohne, wenn das besser ist. Das ist halt einfach gar nicht. Wow. Wie ist denn der da hochgekommen? Nichts. Holocron! Holocron! Meins! Beherrschungsattribut. Schon wieder Beherrschung plus 2. Das ist ganz schön oft verteilt muss ich sagen. Das ist ganz schön oft verteilt, um ehrlich zu sein. Ähm... B. So, ähm... Das hier, gut, das haben wir eingesammelt. Stufe 8 Kreatur, okay. Gut, das erste Holocron haben wir. Wie viel werden es hier sein? Viere? Fünfe? Genau, da lang. Ich will weiter aufdecken, ne? Uaah... Ah... Sollte man hier hoch? Okay, hier scheint es nichts zu geben. Ui! 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 Na, hier gibt es noch wieder Lava. Ich würde mal interessieren, was jetzt da oben ist. Aber ich will ehrlich gesagt nicht da hoch, weil... ...und so... ...quest-technisch weitermachen. Aber ich habe keinen Duli mit einer Nebenquest gefunden, ne? Was soll denn das? Ähm... Sollte ich hier sein? Äh... Ich glaube nicht, dass ich hier sein sollte. Dann geh mal wieder zurück, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass ich hier sein sollte, aber... wir haben was aufgedeckt. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Ich habe getan, was ihr wolltet. Dann mach es besser... Ich mache mich gleich dran. So... Alter, dieses Geschnatter von dem... Okay, das haben wir jetzt aufgedeckt. Jetzt ist nur noch das Stück hier unten. Na... Und da fahren wir jetzt auch noch hin. Und dann machen wir die Story weiter. Äh... Brügt er mich an, der Hund? Hättest du mich nicht angebrüllt? Dann würdest du jetzt noch leben. Äh... Hier wird es doch noch irgendwas geben. Das sieht mir so geheimnisvoll aus. Nö? Nö? Okay. Ähm... Ich muss da lang, oder? Ja. Also müssen wir erstmal den Weg folgen, ne? Was ist das? Hier ist einfach irgendein Droide? Hier ist einfach irgendein Droide. Ähm... Ähm... Dann öffnen wir mal die Dinger hier. Was ist das? Frühzeitig, äh... Frühzeitig, äh... Dickes Verehrerlichtschwert. Das kann ich verkaufen. Äh... Du hast wieder ein Geschenk... Ach du Heimatland. Ähm... So, der hat einen besseren Blaster. Ähm... Jetzt muss ich dich mal ganz kurz wegschicken, ne? Und die da rufen. Ähm... Ähm... 77 Rüstung. 79 Rüstung beherrschen. 14 Ausdauer. 16. Ähm... Die kriegt jetzt das an. Ähm... 116. 19 Beherrschung. 8 Ausdauer. Kriegst du das da an? Ähm... 116. 19 Beherrschung. 8 Ausdauer. Kriegst du das da an? 116. 116. 116. 139. Ne, das auch nicht. Handschuhe haben wir keine. Schuhe haben wir auch keine. Okay. Dann... Meldet euch, wenn ihr mich braucht. Ähm... Gefährtenrufe. 107 bis 198? Ähm... Alles klar. Vollschicken. Ähm... Der ist gleich fertig. Das ist gut. Dann rufen wir den noch, rüsten den auf. Dann können wir den anderen Quark alles verkaufen. Die Geschenke verteilen wir später. Passt schon. Na komm, na komm, na komm. Danke. Das war N, oder? Gefährtenrufe. Was macht den sein? 38 bis 47. Also das könnte der nehmen. Ähm, das nicht. Der könnte nur die nehmen. Okay. 42. 32. Dann kriegen wir das. 32, 77. Wie sieht denn das an dem aus? Ach du Heimatland. Nee. Gürtel 48. 48. Da kriegt der jetzt den hier. Genau. Dann gucken wir mal. Geschenke technisch. Alles kein Einfluss. Okay. Gut. Aufgewertet. Hammerse. Gefährtenrufen. Der muss ja bei mir bleiben. Melden Sie Ihre Beschwerden. Äh. Verkaufen alles. Ja. Was ist denn das? Kann ich nicht verkaufen. Okay. So. 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 Machen wir das jetzt so. Wir sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Wo hast du nichts zu sagen was ich machen muss? Ähm. Ich müsste jetzt. Da lang. Irgendwie. Hier. Das ist dieses Loch. Wir müssen erstmal zu dem Loch kommen. Da sehe ich schon wieder eine gute Kiste. Die nehmen wir uns natürlich gleich mit. Die nehmen wir uns mit. Da sind zwei Backpacks drin. Ah lol. Ähm. Darüber will ich. Das heißt hier oben komme ich nicht lang. In der Richtung. Das heißt ich müsste versuchen dort lang zu kommen. Okay. Das wäre dann hier. im Grunde wirklich hier lang. Das wäre dann im Grunde wirklich hier lang. Ach. Ah. Gah. 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 hier irgendwie über den berg da geht es ja nicht haben wir schon herausgefunden ich weiß nicht ob man hier oben lang kommt ich will halt da unten noch aufdecken unbedingt ich werde euch nicht enttäuschen sucht der andere ist wohl schon wieder da so alles abgeschossen sehr schön hochgegen was für dinge kämpft ich hier mit dem abgestürzten dinge kann man nichts machen schade okay hier geht es auf jeden fall aber jetzt komme ich dort hin da will ich eigentlich gar nicht hin eigentlich hier auf den berg und dann auf dem unentdeckten wo ich nicht hinkomme so ich muss dahin dann reisen wir halt dahin da kann ich nur so verkaufen oh man oh man äh da la So, hier lang. Und dann links rum. Also hier lang. Hä? Ja doch. Da lang. Was? Nicht mit mir. Was hast du jetzt davon? Jetzt bin ich mal nicht angegriffen. War ich hier nicht vorhin schon? Ich muss überlegen, war ich hier nicht schon? Doch, hier unten am Rand bin ich doch so lang, oder? Oh ja, was soll's. Stimmt, wir haben hier ne neue Fähigkeit. Die macht gut Damage. Das wird euch gefallen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Was? Ich werde euch nicht verarschen. Wie kannst du das mit denen hier aufnehmen? Mann, Mann, Mann. Äh. Ja, dann halt los. Ach, mit dem eh'n kriegst du's, aber mit den anderen, ne? Oh Mann, ey. Ich werde dazu mal nix sagen. So. Blutstrahl, ne? Dann werden wir mal jetzt hier reingehen. Oh. Okay. So, ich mach jetzt aber ne kurze Pause. Ich bin gleich wieder da. Und dann schauen wir mal, wie's wieder weitergeht. Bonus. Schnells-izes. ARGUMENZE Vielen Dank.